Hallo und herzlich willkommen. Kommen wir mal wieder von unterwegs. Ihr seht, ich bin heute wieder auf einem Feenspuren-Wanderweg unterwegs. Hoppla, jetzt denkt ihr euch, wie schon wieder einer. Der hat doch letztes Mal gesagt, jetzt sind sie fertig. Richtig, ganz genau. Und zwar muss ich mich da bedanken beim Steffen. Der hat bei meinem Feenspuren-Sagenhafter-Femelwald in den Kommentaren untergeschrieben, aber es gibt jetzt einen neuen Feenspuren-Wanderweg bzw. einen Feenspuren-Wanderweg. Und das ist jetzt die Nummer 8, was es mittlerweile schon gibt. Keine 7 mehr, so wie ich es beim letzten Video gesagt habe. Steffen, in diesem Sinne mal Dankeschön, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und ich finde es richtig geil, weil ich bin mal gespannt, was mich auf dem Weg hier jetzt erwartet. Ich habe noch keine Vorstellungen. Ich habe auch, der Weg ist auch nicht auf Komoot drauf, nichts. Ich muss mich heute Back to the Roots quasi einmal wieder nach den Schildern orientieren. Ich habe hier mal grob die Wanderkarte, wie man läuft. Das ist so eine dubiose 8, ist das wohl irgendwie. Auf jeden Fall mit Aussichten ins Rottal oder Kochertal oder ich, habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier einen Weg, Kirgelausblicke in 100 Meter. Und das ist unser erstes Ziel und von daher laufen wir jetzt erst mal da hinten den Weg hoch. Das ist der Zuweg, bis wir dann auf den richtigen Wanderweg kommen. Und wenn ihr Spaß daran habt, mich zu begleiten, dann kommt einfach mit. Auf geht's, kommt! Gleich zu Beginn geht schon mal mächtig den Berg hoch. Und wenn ihr denkt, was macht denn Ralf da? Sonne scheint doch. Warum hat denn der seinen Regenschirm dabei? Glaubst du in den Eps oder glaubst du noch nicht? Eigentlich soll es regnen. Irgendwann. So gegen 11. Wir haben jetzt halb neun. Ich hoffe, ich bin das Ding in zwei Stunden durch. Es ist ein ziemlich leichter Weg, wohl. Wie ihr hört, wie ich schnaufe. Sehr leicht. So. Sechseinhalb Kilometer. Aber jetzt schauen wir uns erst mal an, was uns erwartet. Heute ist nichts. Gott sei Dank. Aber Ausblicke müssen erarbeitet werden. Genau. Ober am Beginn des Wanderwegs ankommen hat ein Schild. Hat sie ein Schild, wo es mir zeigt, das nächste Ziel, oder das erste Ziel, ist das Druckele. Ist eine Aussicht. In einem Kilometer. Und es geht erstmal hier weiter, den Berg hoch. Also, Vorwärtsmarsch. Auf der anderen Seite findet man dann auch ein Wegweiser oder mehrere Wegweiser. Unter anderem auch eins der Feenspuren. Der sagt, oder eben die empfohlene Gehrichtung ist da angezeigt. Wir kamen jetzt von da unten. Das untere Schild gilt für uns. Das heißt, wir sind hier an einer Kreuzung. Eins, zwei, drei, vier Wege. Für uns sagt es hier, hier hoch. Das ist die empfohlene Gehrichtung. Das tun wir doch. Und was ich noch interessant finde, hier ist einer der idyllischen Straßenschleifen. Ein Rundweg von 13 Kilometern. Die Schleife D. Gleich mal abspeichern. Könnten wir ja auch mal wieder machen. Sonst schon lange kann ich eine idyllische Straße mehr gelaufen. So, jetzt gucken wir mal. Ich gehe aber davon aus, oder ich bin guter Dinge, dass dieser Feenspurenwanderweg genauso gut ausgeschildert ist, wie all die anderen auch. Von daher sehe ich da kein Problem, mal ohne Navi zu laufen. Und wie ihr seht, ein Schild und gleich daneben ein zweites Schild. Dieser Feenspurenwanderweg nennt sich Kirglausblicke. kommt daher, dass dieses Gebiet wohl Kirgl heißt. Und ich bin mal, was die Feenspuren angeht, oder den schwäbisch-fränkischen Wald angeht, in einer ganz anderen Gegend unterwegs wie sonst. Seither war ich immer Mohart, Sulzbach und Welsheim unterwegs. Das ist jetzt der erste Feenspuren. Da befindet sich in Galdorf. Galdorf bin ich jetzt 35 Minuten hierher gefahren. Kein Ding. Keine Entfernung. Aber man merkt, die Macher des Wanderwegs breiten sich doch auf den kompletten schwäbisch-fränkischen Wald aus. Und das finde ich klasse. Macht weiter so. Ich werde jeden erwandern. Und wer die Feenspuren kennt, weiß genau, wo es jetzt lang geht, ohne dass man ein Schild sieht. Genau. Hier rechts den mit Sägespänen aufgefüllten Weg. Und da oben ist auch das Schild. Das ist das Schöne, denn die Feenspuren, die werden die Wege richtig auf. So wie jetzt hier. Das ist nicht nur so ein steiniger Weg, sondern mit Sägespänen aufgefüllt. Richtig toll. Und hört ihr das? Dieses Wochenende ist Motocross in Galdorf. Das ist weltberühmt. Das ist die Weltmeisterschaft in Motocross. Seit zig Jahren hier eine Veranstaltung und immer die Hölle los. Aber echtes Spektakel. Richtig cool. Ich kann das besagen, weil ich habe schon sechs Jahre hier in Galdorf gewohnt. Ich hatte dort eine Wohnung und habe aber dann irgendwann mal mir überlegt, nee, ziehe ich voll rüber in den Remsmur-Kreis. Naja, so ist das. Und so kommt man immer wieder mal zurück zu seinen früheren Orten. Scheiße, ich war zu langsam. Auf dem Weg hier gerade kam mir echt ein Reh entgegen. ist mir entgegengekommen und 15 Meter vor mir hat sie gesehen, dass ich laufe, kehrt gemacht und wieder abgehauen. So schnell könnte ich mit der Kamera rechnen. Hört ihr das? Da wälzt es noch. Geil. Hey, cool. Das ist doch mal ein Erlebnis. Cool, cool, cool. Ich mag das. So tierenfreier Wildbahn sehen. Solange es keine Schlangen sind. So. Die haben also den ganzen Weg hier schön aufgeschüttet mit so Holzspänen, Holzstücke. cool gemacht. Lässt sich gut laufen. Nicht schade, dass da die Bäume davor sind. Sonst hätten wir jetzt freien Blick rüber auf die Rennstrecke von dem Motocross. Aber leider, leider, leider hat die Natur sich gedacht, nein, dem Ralf, dem geben wir heute keinen Ausblick nach dort. Der soll lieber die Natur genießen und wandern. Natürlich bringt die ganze Aufschüttung mit den Holzspänen nix, wenn Fahrzeuge beziehungsweise Fahrräder die Strecke hier kaputt machen. Warum auch immer, keine Ahnung. Das sind auch Fußspuren, die wir da durchgehen. Irgendwie hat da einer einen Ablauf gemacht, wie es aussieht, das Wasser da runtergeht. Im Allgemeinen glaube ich mittlerweile auch, dass das hier schon eine Nutzaufschüttung ist, sage ich jetzt mal. Weil guck mal, hier ist auch Wasser. Ich denke, von dem Berg da oben kommt schon ziemlich Wasser runtergelaufen und dann ist der Weg hier ziemlich runterspült. Und die Hackschnitzel hier, guck mal, hier ist auch wieder eine Rinne. Seht man das? Hier ist auch wieder eine Rinne, die wo das Wasser zum Ablaufen bringt und dass man als Wanderer hier einigermaßen mit saubere Schuhen durchkommt, denke ich mal, hat man das hier aufgeschüttet. Also es ist nicht nur, dass man schön läuft oder läuft, sondern es hat schon auch seinen Nutzen. Man merkt es auch unter den Hackschnitten, hört man das? Unter den Hackschnitten ist es richtig nass. Also da hat sich der Forst schon was dabei gedacht. Hackschnitten nach der Wegweisung hier sind wir schon einiges unterwegs. Das nächste ist der Kirgel Sattel in 3,4 Kilometer, der Grillplatz Kirgel in 3,5 Kilometer, Kernerturm, oh, es gibt einen Turm mit Aussicht in 4,1 Kilometer, stark und der Parkplatz dann, unser Ziel, noch 5,3 Kilometer. Das heißt, wir sind jetzt gute knapp über einen Kilometer gelaufen. Sehr schön. Es geht weiter immer noch bergauf. Ja, cool. Hier hat man extra eine Aussichtsplattform angebracht. Windige Ausblicke. Ihr könnt das gerne an Halter, Stoppen, durchlesen. Cool. Und da gehen wir natürlich auch mal hoch und gucken es uns an, klar, oder? Und natürlich wie bei allem heutzutage tut sich die Stadt Galdorf hier ein bisschen absichern. Maximal vier Personen gleichzeitig. ist wohl doch nicht so stabil gebaut, wie es aussieht. Das ist ja toll. Wow. Haben sie hier doch tatsächlich die Bäume auch weggemacht oder war? Gab es die Schneise schon? Dann hat man einen Blick. Wow, cool. Ist das dahinter der Einkern geradeaus? Ich glaube geradeaus oben dieser Berg, dieser Hügel, rechts von dem Baum. Das hier müsste das sein, müsste der Einkern sein. Und dahinter hat man Blick bis auf die Höhen von Schwäbisch Hall. Die Tullauer Höhe sieht man dann hier. Erkennt man an den Hochhäusern, die wo da sind. Hinter den Hochhäusern runter ins Tal kommt dann Schwäbisch Hall. Ist auch nicht so weit weg von hier, sind auch bloß zehn Kilometer oder sowas. Von daher, wir sind ja auch im Kreis Schwäbisch Hall. Und direkt unterhalb von der Aussichtsplattform gibt es sogar Schlafsofa. Ihr dürft euch jetzt natürlich während dem Film hier nicht von der Geräuschkulisse irritieren lassen. Wie gesagt, ist das Motocross, das ist normalerweise gar nicht da. Normalerweise wäre sie jetzt richtig ruhig und man wird gar nichts hören. Und der Weg führt nun weiter bergab hier in der Wald rein. Shit. Und nach anderthalb Kilometer merke ich dann, für lauter am Parkplatz, naja, brauchst du eh keine Kommode. Die Strecke ist eh nicht drauf. Jetzt habe ich bloß Relief angemacht und Relief zeichnet auf. Kommode habe ich vergessen. Gut, habe ich jetzt mal nachgeholt. Mal gucken, ob ich irgendwie die Strecke bearbeiten kann. Ich weiß es nicht. Ich habe ja kein Premium Kommode. Naja, wir werden sehen. Ansonsten gibt es halt nur eine Dreiviertel Strecke. Oder es gibt erstmal gar nichts. Ich weiß es noch nicht. Hei, das ist das, wenn man die Gedanken nicht zusammen hat. Ist tatsächlich so. Warum ist eigentlich die Sonne von hinten so stark, sagen wir mal. und heute geht ein Gruß raus an die Lisa. Die Lisa wohnt auch hier irgendwo in meiner Nähe. Ich kann das nur grob einschätzen. Man hat es nicht verraten, wo sie genau wohnt. Die Lisa ist auch eine langjährige Zuschauerin von dem Kanal und wir haben den einen oder anderen Kontakt schon auf Kommode gehabt. Sie verfolgt gerne meine Wanderungen, ich verfolge gerne ihre Wanderungen und ist immer sehr interessant, wo sie sich rumtreibt, auch viel hier im schwäbisch-fränkischen Wald, aber auch in einem Urlaub, wenn sie in Bayern ist oder so. Also sehr interessant. Lisa, der Gruß geht an dich und vielleicht laufen wir mal die ein oder andere Runde zusammen. Wer weiß, würde mich freuen. Also in diesem Sinne, der Weg führt uns hier lang weiter. das ist mittlerweile die Bank Nummer drei innerhalb von ein paar hundert Meter. Das Blick zum Kochertal runter ist natürlich hier wunderschön. Wirklich wunderschön. Und da bin ich echt froh, dass man hier ein paar Bänkel hat, dann ist die eine Bank mal voll, läuft man ein paar Meter weiter, kommt die nächste. Man muss es natürlich wiesen, gell? Aber jetzt wisst ihr es ja, wenn ihr den Film angeschaut habt. Was haben wir denn hier? Ein altes Lager. Aber das ist schon professionell aufgebaut. Also das ist nicht irgendwie so von jemandem, der, der, wo ein nachts übernachtet hat, sondern das ist schon was größeres. Feuerstelle direkt davor, ein paar Baumstäben zum sitzen und guck euch das mal an, seht man das? Der Eingang. Wow. Oh ja. Und Platz hast du da noch. Und ich glaube, wenn du das richtig belaufen tust, sehen sie sogar Tüte drüber gemacht zum Abdichten vom Dach. Oh ja, wenn du das neu abdickst, ist das echt nur der Unterschlupf, hätte ich sagen. Ach, du, ja. Hahaha. Oh ja. Jetzt sind die Nächte swiping. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da oben, wo die Bäume sind, da waren wir gerade. Das war die Aussicht, die ich gezeigt habe, auf die Motocross-Strecke und übers Kochertal. Und dann sind wir hier rechts quasi runter. Und laufen dann jetzt momentan unterhalb auf einer Waldautobahn weiter. So wie es sich rauskristallisiert, wenn man die empfohlene Laufrichtung geht, so wie es vorgeschlagen wird von den Macher des Weges, läuft man als erstes schöne Single-Trails durch den Wald auf der Höhe oben entlang. Und hat tolle Ausblicke und kommt dann runter. Und leider laufe ich jetzt schon einige Zeit, diese Fast-Autobahn. Mal gucken, was noch kommt. Und ich hoffe nicht, dass das bis zum Ausgangspunkt auf dem Weg hier weitergeht. Sondern da sind wir nochmal auf den Single-Trail überwechseln, wo es ein bisschen was zu sehen gibt. Natürlich ist mir auch klar, dass auch Premium-Wanderwege einen Teil Fast-Autobahnen besitzen. Und ich merke auch nicht drüber. Aber es ist halt schöner, auf Single-Trails zu laufen. Ganz einfach. Und auch wenn wir an Höhe verloren haben, hat man hier trotzdem freie Sicht. Bis rüber nach Westheim. Und die Tullauer Höhe oben sieht man immer noch. Und die Tullauer Höhe oben sieht man immer noch. Und die Tullauer Höhe oben sieht man immer noch. Jetzt sind wir wieder an der Wegweisung angekommen, wo wir vorhin gestartet sind, wo ich euch erzählt habe. Da gibt es die empfohlene Laufrichtung. Zu uns zählt jetzt das obere Schild. Das sagt, an diesem Kreuzungsbereich hier, seht ihr das, geht es jetzt da hinten hoch. Und da geht es wohl dann zum Grillplatz. Also das sind jetzt noch vielleicht zwei Kilometer insgesamt. Und die kleine Schleife von der 8, was wir jetzt laufen. Wenn ihr Lust habt, dann lauft ihr das mit mir auch noch mit. Wenn nicht, dann frühzeitiges Ade. Ich hoffe es natürlich nicht. Also, auf geht's, kommt alle mit. Denn in 700 Meter kommt der Kernerturm. Und den wollt ihr doch bestimmt auch alle sehen, oder? Jetzt sind wir an dem Grillplatz angekommen. Und auch hier ist wieder ein Schild mit der empfohlenen Gehrichtung. Das heißt, links weg. Wir laufen also nicht der Waldautobahn weiter. Die kommen wir nachher wohl runter. Ich vermute, ich muss aber das Schild erst noch suchen. Irgendwo dahinter geht es wohl rein. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erst noch suchen, wo das Schild ist, wo es für mich weitergeht. Und noch ein bisschen was Geschichtliches zum Schloss Galdorf. Eine kleine Geschichte, wie das entstand. Wer möchte, wie gesagt, stoppen. Und kann es sich dann in Ruhe durchlesen. Kleine Übersicht über den Grillplatz. Eine Grillstelle gibt es. Kleiner Spielplatz. Ich denke mal, da wird gut was los sein. So, tatsächlich, wie ich es vermutet habe, geht hier mein Weg rein. Da sieht man das Schild. Und die empfohlene Gehrichtung werde ich natürlich folgen. Also der Schwäbische Albverein, Sektion Galdorf, ist wohl auch sehr aktiv. Es gibt also, um Galdorf das ein oder andere anzuwandern. Und auch wir sind jetzt wieder auf dem Stück, auf der idyllischen Straße unterwegs, Schleife D. Und ich werde schauen, wo die ran kann. Ja, lang geht, auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir die nicht auch nicht laufen. 13 Kilometer, Scheiß, nicht wirklich zu weit weg. Also, weiter geht's, guck mal, abenteuerlich. Da, ne, geht's der Berg noch. Und Andrea, diese Szene ist jetzt extra für dich, weil du mich letztens im Geschäft gefragt hast, wie machst du die Vorbeilaufszene und so weiter. Jetzt siehst du, weglaufen, zurückkommen. Ich laufe also nicht nur den Weg einmal, ich laufe mindestens ein Drittel mehr als alle anderen. Wow, schaut euch das an. Und nochmal einen Blick über Galdorf. Wow, toll. Zwei Bänkel. Und hinter mir der Kärnerturm. Kann man leider nicht, nein, ist leider zu abgeschlossen. Schade. Und nochmal Bänkel, guck mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auch da guck ich hin. Zur Öffnungszeit hin. Von dem Turm. Von Ostern bis Ende Oktober. Jeden Sonn- und Feiertag. Acht bis 18 Uhr. Heute ist Samstag. Naja. 458 Meter sind wir hier hoch. Alles gut. Dann müsst ihr mit der Aussicht hier vorliegen. So wie ich. Hier haben wir jetzt auch einen wunderbaren Blick rüber auf die Motocrossstrecke Menschenskind daheim. Ich habe so ein Fernglas daheim, ein kleines und ein großes. Das kleine, so ein Theaterfernglas. Sollte ich doch mitnehmen zum Wandern, wir können jetzt schön übergucken. Ja, so etwas. Wenn man nicht an alles denkt. Und hier am Turm haben wir jetzt noch ein einziges Schild von den Feenspuren. Mein Weg führt das linke Schild entlang, also den linken Weg. Da steht das Fluss noch drauf, Parkplatz Kirgel. Das ist da, wo mein Auto steht. In 1,2 Kilometer. Dann ist das hier auch geschafft. Und heute bin ich doch ganz froh, dass der Weg nur ein bisschen mehr als 6 Kilometer hat. Weil irgendwie an meinem linken Fuß zwirbelt schon die ganze Zeit unter meiner Kniescheibe. Ich weiß auch nicht, heute bin ich nicht ganz so fit, was das Laufen angeht. Deshalb ganz froh, dass ich mich heute für den kurzen Weg entschieden habe. Geplant war ein längerer. Aber der hat sich zerschlagen. Was aber nicht heißt, dass wir da nicht auch noch laufen, gell? Von der Bank aus hat man jetzt auch mal einen Blick. Auf die andere Seite von Galdorf. Auf die andere Seite von Kirgel. Dahinten oben am Horizont sehe ich den Hagbergturm sogar. Coole Sache. Hagbergturm. Und das dahinten, das ist irgendwie so ein weißer Turm. Den kenne ich aber auch. Weil ich kann aber gerade nicht wirklich zuordnen. Aber irgendwie fahre ich da auch schon mal. Das da unten müsste eigentlich auch dann Richtung Unterrot sein. Also das Rottal sozusagen, was man da hinten sieht. Unterrot, Oberrot. Und die Wegweisung zeigt Feenspuren rechts weg. An diesem Kreuzungsbereich, Einbindungsbereich, was auch immer das ist. Geht es jetzt einfach nur noch diese Waldautobahn weiter. Bis zu dem Drehkreuz, wo wir vorhin waren. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ziel. Und dann sind wir auch schon am Ziel. Und hier extra nochmal eine schöne Aussicht, wo man über das Rottal, über die Fichtenberger Rot sieht. Das Tal, wunderschön. Wirklich toll. Ich bin jetzt gleich wieder am Grillplatz angekommen. Dann sind es wirklich nur noch 200, 300 Meter bis zum Auto. Kleines Fazit zum Weg. Auch dieser Feenspuren hier finde ich wieder wunderbar zu laufen. Die empfohlene Gehrichtung finde ich völlig in Ordnung. Würde ich immer wieder so laufen. Am Anfang den tollen Singletrail, wo es den Berg hoch geht. Dann die Aussicht der Kochertal rüber, wirklich fabelhaft, richtig toll. Und auch echt wirklich klasse zu gehen. Mein Highlight heute, 15 Meter vor mir steht ein Reh. Läuft leider weg. Also bin ich so hässlich? Weiß nicht. Ja. Und klar, als negativ muss ich den hohen Anteil an dieser Forstautobahn erwähnen. Weil, äh, ist schon viel. Ist schon viel hier. So viel in die anderen Wege alle nicht. Aber auch dieser Weg verdient von mir einen Daumen nach oben. Der ist wirklich toll zu gehen. Toll zu laufen. Ich habe heute keine Menschenseele gesehen jetzt. In den zweieinhalb Stunden, wo ich jetzt unterwegs bin. Niemanden. Und, wie gesagt, wenn das Motto groß nicht gewesen wäre, dann wäre das hier die Ruhe pur gewesen. Und, äh, ja. Also eine Empfehlung von mir. Den Weg laufend nach. Richtig toll. Feenspuren. Feenspuren. Kirkelausblicke. Top. In diesem Sinne. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an der Wanderung. Genauso wie ich. Und, äh, wenn ihr Lust habt, hinterlasst gerne einen Kommentar. Drückt die Glocke. Hinterlasst ein Abo. Support ist kein Mord. Hilft meinem Kanal unheimlich weiter. Und freue ich mich persönlich darüber, dass ich merke und dass ich weiß, dass ich die Arbeit auch nicht für ganz umsonst mache. Sondern, dass es noch andere Leute gibt, die gerne wandern gehen. Und die, die Spaß haben, meine Wanderung anzuschauen. In diesem Sinne, muss ich jetzt noch hier den Weg runter. 100 Meter. Links steht das Auto. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Wenn es heißt, einfach draußen. Und bis dahin. Ade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020